Für Verena Kehrt geht es nach der Trennung von Marc Terensi offenbar auch in Sachen Karriere-Berkauf. Wie nun herausgekommen sein soll, wird sie demnächst in einer Reality-TV-Show zu sehen sein. Verena Kehrt – Karriere-Push nach Trennung von Marc Terensi Überraschende Neuigkeiten von Verena Kehrt 43 – Erst vor wenigen Wochen gab die Blondine nach wochenlangen Spekulationen die Trennung von Marc Terensi 46 – Bekannt Allem Anschein nach haben sich die beiden nicht gerade im Guten getrennt, denn vor allem die Blondine wetterte in Interviews gegen ihren Ex und forderte unter anderem öffentlich Geld von ihm. Dennoch, für Verena scheint es nach dem Liebesaus wieder bergauf zu gehen, denn, wie die Bild erfahren haben will, soll die Blondine in Kürze wieder in einer Reality-TV-Show zu sehen sein. Mit Claudia Robert, Jürgen Milski Co. Verena soll bei Prime Show The 50 dabei sein. Zuletzt war Verena Kehrt Anfang 2023 im Dschungelcamp zu sehen, doch das musste sie damals als erste Kandidatin verlassen. Ob es dieses Mal anders laufen wird? Wie die Zeitung berichtet, soll Verena Kandidatin der zweiten Staffel der Prime-Serie The 50 sein. Statt in einem Schloss in Frankreich sollen die neuen Folgen allerdings in Portugal gedreht werden. Die Dreharbeiten sollen am 20. August starten. Neben Verena Kehrt sollen übrigens noch vier weitere Promi-Kandidaten feststehen. So sollen auch Jürgen Milski, 60, Michaela Schäfer, 40, sowie Verenas gute Freundin Claudia Obert, 62, und Freund Max Suhr, 26, bei The 50 mit von der Partie sein. Bestätigt sind diese Informationen derzeit aber noch nicht. Dennoch, für Verena Kehrt könnte die Teilnahme an der Reality-Show bedeuten, dass sie erneut in der Branche Fuß fassen kann. Nach zahlreichen Negativ-Schlagzeilen und Skandalen rund um sie und Ex-Freund Marc Terenzi, wäre es immerhin die erste TV-Show, in der Verena wieder zu sehen ist.